War übrigens echt süß vorhin die Ohrngeschichte. Ja, danke. Können wir jetzt los? Ja klar, ich muss nur noch die Schuhe desgedruckt haben. Ja, ja, das hast du vorhin schon gesagt. Die neuen oder die? Ähm... die. Gefallen dir die anderen nicht? Das hab ich nicht gesagt. Aber die hier gefallen dir besser. Sie sind beide schön. Aber du hast ja gesagt, ich soll die nehmen. Du hast mich gefragt? Ich hab geantwortet. Das war ein Vorschlag, mehr nicht. Ein Vorschlag? Aber die sind so unbequem. Mein Gott, dann nimm halt die anderen. Na, die sind noch unbequemer. Wieso hast du sie dann gekauft? Weil die runtergesetzt waren, die gab's nicht mehr meiner Größe. Du hast die Schuhe gekauft, die dir nicht passen. Na, die passen mir ja. Ich mein, ich komm ja rein. Ich würd mir auch ganz gern mal richtig schöne kaufen, aber wir sind ja immer pleite. Schatzi, komm mal jetzt los, bitte. Ich will da nur, dass du mich schön findest. Putzi, ich find dich schön in den Schuhen, ich find dich schön in den Schuhen. Ich find dich sogar schön, wenn du überhaupt keine Schuhe anhast. Du kannst ja nicht entscheiden, das ist dein Problem. Oh, wenn das so weitergeht, ist der Laden zu. Also, du findest die ersten schöner. Welche? Ja, die, die du zuerst gesagt hast. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Weißt du was? Wir bleiben jetzt zu Hause und schauen lecker Fernsehen. Was läuft dann? Nein, nix da. Wir machen heute richtig Party. Schatzi, wenn du nicht bald in die Pötte kommst, ist die Party vorbei. Okay, ich nehm die hier. Aber die passen nicht so zum Kleid. Ich zieh ganz kurz ein neues Kleid an. Geht ruckzuck.